Herzlich Willkommen zu heute ein neues Video und was soll ich noch sagen, das war's, wir werden heute ja schon wieder Jackpack fliegen, 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 das fühlt sich irgendwie richtig behindert an, Jackpack fliegen, aber egal, was? So besser gesagt, zipp ihn, ach, ok, dann schick ich hier schon mal TPA, ja, mach. Ja, und nicht bei der Military Base, ne, also ich vergesse nicht, direkt sterben, weil wenn ich sterbe, ist das Video beendet. Können Sie sagen, dass wir aber direkt sterben, weil wir beide garst, welche sind. Heilige Kacke, Digga, ich werde ja direkt sterben, wo willst du mich denn hinbringen? Ich hab einen, hast du einen. Zwei, hilf jetzt schon, direkt am Sporn. Hier bin ich. Ja. Oh, der eine hat einen Klammwerfer dabei. Den Tons, den Tons, den Tons, den Tons, den Zettpäcker. Digga, bei mir ist der unsichtbar. Sie ist aber, ah, der fliegt weg, der fliegt. Ähm, mach schnell, schlecht, hab, weil wir wollen nicht gegen Zettpäcker kämpfen. Machst du nicht? Aber erst, wenn du nicht in Combat bist, ne, bist du in Combat, weißt du das gerade? Ich bin Combat. Dann war es 20 Sekunden. Da wirst du, oder kämpfst du gerade? Nö. Er muss 20 Sekunden warten. Also nur H, ähm, H, A, P. H, H, U, B. H, U, B. Ja, H. Oder das letzte Lobby. Warum? Damit, wir nicht sterben. So. Weil, ich hatte nur noch, ich hatte, glaube ich, nicht mehr so viele Leben. Das sah bei mir gerade eben so aus. Digga, du hast ja irgendwie übelst für den Schock, Digga. Wenn ich das eingegeben habe, Digga, ich dachte, ich bin jetzt tot, weil, ich dachte, ich will ein Combat. Komm mit. Nö, ich schicke mir mal wieder TPA. Warte, ich warte mich erst mal woanders, und zwar nach... Warte, ich schicke mir eine TPA, Digga. Du gehst ja immerhin, wo gefährdige Leute sind. Nein, ich bin jetzt, nach wenige, da waren zwei Leute, die ich gekümpft habe. Ja, ich meinte gefährdige. Ich bin jetzt, wo ich gerade bisher noch keinen sehe. Ich bin gerade Hawaii-Gut. Bei mir ist einer. Soll ich ihn wegklatschen? Bei Hawaii-Gut? Hawaii! Oh, geil! Ich bin jetzt übelst glücklich. Ich bin immer so richtig langsam, wenn ich Jack-Pack fliege. Oh, ein Miniganner. Ey, bei der Weiß ein Miniganner. Ja, da will ich jetzt eher nicht hin. Kabin! Kabin! Junge, der hat mich gemettet. Er möchte nicht wegklatschen. Also erst, also erst, wenn ich jetzt wegkomme. Wo bist du? Ich habe gerade einen Miniganner. Ja, ich habe gerade den Miniganner gekannt. Ja, ich habe gerade den Miniganner gekannt. Ja, ich habe den Miniganner gekannt. Oder der Typ schreibt mir jetzt per Mesklin. 200 Tage vor meinem Schlaf. Nein, ich liebe dich, Schlaf. Das ist dein Stuff, Digga. Ja, ist jetzt mein. Ach, Digga. Dann soll du nicht so ein krassen Stuff mitnehmen. Sag ich dir, so wie es ist. Das ist ein Miet. Ja, so mein Miniganner. Genau, die brauche ich doch. Perfekt. Und ihr könnt auch in meine Gangwein, hier. Ihr könnt es hier sehen. Schreibt einfach dann in die Kommentare, Name und so alles. Dann, also ihr müsst, glaube ich, online bleiben, äh, online sein. Ich komme gut. Und ja. Das wird interessant. Das kann ich nicht mehr fliegen. Das ist, wenn ich es benutze, ich es mache. Hier sind immer so, ja, schlechte Leute, würde ich was sagen. Dieser Typ fragt mich, wie ich mit der Minigun 50er Pro-Pit mache. Mh, mache kann. Mh. Mh. Was für ein Pillen gehört? Ich bin hier bei Military Beige, ne? Ähm, ich bin... Komm zurück. Ach. Ob vorne bin ich. Oh, wir sind hier bei Military Beige. Ja, sehr gefährlich. Das sag ich dir, sehr, 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 sehr gefährlich. Alter, die Straße, siehst du mich nicht mehr. Wo bist du? Ich bin bei der Military Beige, bei den Spawn. Das ist... Ja, ich bin aber auf dem Haus. Ach nee. Bei mir ist ein Loser. Bei mir ist es wieder tot, bei dir vielleicht vier Hits. Ich weiß halt nicht, wie lange das Video jetzt geht. Hättest du nur zwei Bildschirme, ne? Dann wäre alles deutlich besser, werde ich es auf jeden Fall sagen. Weil dann sehe ich ja natürlich, wie lange das Video schon geht. Und... Wo bist du? Äh, ich... Ähm... Ähm... So... Ähm... Da... Warte, flieg noch mal zurück. Ich bin gerade bei diesem Campingplatz da. Ach, da. Ich sehe dich hinter dir, hinter dir, hinter dir. Auf dem Baum. Auf dem Baum. Hinter. Hinten. Aber ich sehe dich nicht mehr auf. Hinter dir. Ja, hier. Ah, da. Also, ich würde jetzt sagen, wir beenden das Video. Nein. Doch. Haben fucking... Ich habe fucking geil Kills gemacht, ja? Ja, egal, komm. Hier. Okay, dann. Dann... Hallo Leute, das ist mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss. Dann dann... Perfekt, ich muss dir gar nicht sagen. Egal. Ciao, Leute. Ciao, Leute.